Ich die verschmähte Liebe. Mach nicht so ein Radau. Die Rückkehr der Schnapsdrosseln. Was für ein Elend. Na, Mädels? Ist dir etwa übel? Wie wäre denn jetzt ein schönes, fettiges Schweinefleisch-Sandwich serviert in einem dreckigen Aschenbecher? Wenn der Typ kotzt, stirbst du. Er lacht nicht über dich, Schett, er lacht nicht, weil... Doch, tue ich, tue ich. Hast du, Schett, von der Frau... Hat er dir von der Frau erzählt, die wir gemacht haben? Er ist irgendwie... Hör einfach nicht hin, er ist besorgen, er weiß nicht, was er redet. Ist doch nicht wahr. Es ist wahr, Schett, es ist wahr. Ihr zwei Sackgesichter könntet nicht mal im Altersheim eine Nummer machen. Du hast recht, du hast absolut recht. Absolut richtig, Schett, absolut richtig. Ja, was? Komm schon. Das typische Oberwarzenschwein. Er ist ein Arschloch, zieh dir mal seinen Harschnitt an. Jeder, der so einen Harschnitt hat, muss zwangsläufig ein Arschloch sein. Und ich sage dir eins, ich werde mich nicht von dem und seinem blöden, gegrunst und gegrinst und fertig machen lassen.